Alter, da geht's ja zur Sache hier. Alter, nun! Tschüss! Nein! Uah! Nanananananan! Alter, hab ich den auch verweckt. Da kam Rabi-Sotter schon von hinten ran. Ja, den haut ich jetzt gerade richtig rein mit dem Zwirbel. Was denn? Warte, jetzt wisst ihr, was habt ihr denn? Ich hoffe, ich treffe ihn jetzt. Nein! Ich hab auch verfehlen, scheiße. Ich hab auch verfehlen. Oh! Was ist denn noch rein? Jetzt kommt Steck dran. Warte! Die sind leer! Boah, bei mir leckt das! Bei mir leckt das! Was? Ja! Oh! Yes! Ich krieg keinen Schorden! Okay, mach ich mir aus. Hilfe! Boah, warte mal! Ich kann ruhig sitzen bleiben! Komm rein! Du Speck! Komm rein! Komm, ich komm raus! Dark Crofter, ich komm raus! Das ist irgendwo schon von meiner Angst hier kaputt! Ey, komm hier nicht mehr raus! Warte! Warte, lass es mal! Bitte! Ich helf dir! Hacke! Was kommt? Hey! Bei mir leckt das! Ey, wieso bist du so schnell? Ich hab Trank der Schnelligkeit! Das haben wir nicht abgemacht! Du hast gesagt, Trank ist mal laut! Aber nicht alle! Mann, ich spieg gleich nicht mehr! Bei mir leckt das zu tun! Guck mal! Guck doch mal mal hin! Ich weiß gar nicht, was du für Tränke einsetzt, ne? Wir haben viel Metall, aber ich geh jetzt! Tschüss! Nein! 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 Nicht, 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 nicht... Du sollst mich nicht skillen! Hast du mich verstanden?! Mann! Bei mir leckt das! Ah! Ich bin noch ein... Aber es kommt noch mal Schnelligkeit! Alter! hoch ich hab mich zerstört okay wir gehen zurück in unsere Base, hast du mich verstanden? ja ok ich war schon was schießt du für Luschen, Digga, ey? ja du, da ist es, was auch nicht ich bleib schon sehr dermaßen ok, Feuerwissen ist zurzeit noch genug ich zeig euch jetzt einfach noch mal die Sachen ja, 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 ja ich weiß ja ich weiß, ich weiß, ich kann es halt, ne? meint ich jetzt? ähm oh, hab ich jetzt schießt ja schon wieder her ja, ne? Wack, Kiriback UUAAH aha, wie kann ich das noch? ja ha 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 ich glaub, diese Olle wird kein Kegel, oder? ja, ja Aber dafür jeder hat einen Treffer. Puh, wie ist es geil? Ja? Ich triffst du nicht mehr. Nein. 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 Nein, niemals. Doch, Karola. Arnie ist hier oben. Gleich aber einer Lava. Stehst du? Geh. Wuhu! Weiterschweck. Was? Po, du Diggi. Hab dich gesehen. Ich störe mal. Ich gucke mal nach dem Vertränke. Ah ja, ich will auch mal jemanden erzählen. Kann ich essen heute noch nicht? Was wir können hier? Schnelligkeit... Ah... Ich gönne mir ein paar gleich. Sch... Schnelligkeit... Schwäche wollen unbedingt ein paar. Und die Geheimnis wollen eigentlich nicht. Schwäche... Schwäche... Und stärker. Ich komm. Gericht auch, Baby. Okay, was ist jetzt? Und zwar auch die mehr Schwierigkeiten machen. Ein bisschen... Ich komm jetzt in deinem Weg. Nicht mit mir. Äh, 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 verboten, sagt Kleiner. Du hast gesagt, wir dürfen in andere Wesen rein. Nicht die Kisten plündern! Brauche ich gar nicht. Nein! Ole, nicht! Ah! Der kommt doch! Nee! Warte! 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 Guck! Also du hast einen Vorteil, man. Du bist in deiner Base. Tschüss! Nein! Du hast mich! Okay! Es geht! Es geht! Mein... Bei mir leckt das! Äh, bei mir nicht? Nee! Junge! Junge! Leute, lass mich gescheuert, Alter! Wie kaputt ist dein Bogen? Gar nicht. Acht mal eingefloben. So. Weg da! Weg da! Weg von meiner Base! Nein! Scheiße, ich hab Schwäche. Ja! Ja! Habt ihr gewischt! Ah, du hast jetzt Schwäche! Ich bin total lamsam! Jetzt bin ich wieder rein. Der hat die Höhe. Ich hab die Stärke. Du kommst nicht rein! Guck mal, komm nicht rein! Sollste auch nicht. Komm, ich mach! Guck mal! Guck mal! Fiss dich! Fiss dich! Fiss dich! Das ist so heftig! Das ist so heftig, die Scheiße! Das ist echt... Was ist denn los? Jetzt hab ich dich, du G... Jetzt hab ich dich, du G...